Na, Leute, hier ist wieder Heuchala und ich bin wieder für euch in Battlefest oder ne Wix und zwar gibt's heute wieder so ein kleines Opening-Video Wir wollen nämlich wieder ein paar Archäologie-Kisten aufmachen und dementsprechend muss ich mal schauen, wo ich mein Makro hingepackt hab Ah, Archäologie, das müsste es sein Packen wir das einmal, ach, da hab ich's sogar Packe ich das einmal rüber, okay, das funktioniert nicht, machen wir's mal so Okay, wunderbar Wir wollen 100 Kisten aufmachen Ich hab mir jetzt 50 Arakoa geholt und 50 Glanz von Drenor Die Waffe von den Zwergen hab ich ja bekommen und jetzt versuch ich aus den Kisten hier noch die zwei letzten Quests rauszubekommen, die ich brauch und dann bin ich hoffentlich erstmal Main mit Archäologie durch Ich würd sagen, wir schauen mal rein, was wir kriegen und dafür drück ich mal so ein bisschen mein Makro durch Eigentlich müsste es funktionieren Ah ja, jetzt hat's funktioniert, okay, ich wollt grad sagen Jetzt ist ein bisschen gehangen Gut, anscheinend hatte ich irgendwie was Falsches rausgezogen Jetzt klappt's auf jeden Fall Übrigens, ich wurde auch letztes Mal gefragt, was das für ein Makro ist Ihr macht einfach Use und dann das Item dahinter Mit Shift-Klick könnt ihr das rein Und ich hab jetzt hier einfach die Zwergenkiste drin Ich hab die Clan von Drenor-Kiste drin Ich hab die Arakoa-Kiste drin Und so weiter So, okay, jetzt haben wir hier, glaub ich, gecappt Jetzt müssen wir mal ein paar Sachen umwandeln Hier hab ich leider nicht so viele von diesen Zusatzrunen Liegt einfach daran, weil die 500 Gold im Ahar kosten Also du kriegst ja leider nicht genug, wenn du einfach nur Nice, da ist die Quest drin Sehr schön Okay, eine Quest haben wir schon mal Okay, das ist jetzt sehr, sehr gut Jetzt brauch ich keine mehr von den Clans von Drenor Ich hab mir schon gedacht, dass das so laufen wird Dass ich die Clans von Drenor als erstes krieg Hat einfach den Hintergrund, dass Wo ich das Ich hab das ja schon mal gemacht Mit einem anderen Charme, mit meinem Monk damals Und Ja, mit dem Monk hab ich die ganzen Achievements gemacht Also es gibt ja auch eine Achievement, wenn du diese ganzen Sachen hast Und dementsprechend Hab ich das mit einem Twink aber gebastelt gehabt Weil ich da den Vorteil gesehen hab Hey, ich kann gleichzeitig leveln noch Also du kriegst EP durch Archäologie tatsächlich Und ich kann halt nebenbei Nebenbei noch das Achievement machen Jetzt brauch ich aber die Quest halt auf dem Main noch Und ja, das ist halt ein bisschen blöd Und damals war auch quasi Arakor Die letzte, die mir noch gefehlt hat Ich weiß, ich bin dann ewig in Spitzen von Arak immer rumgerannt Und hab dann immer versucht, da die Sachen zu kriegen Weil die Arakor kriegst du halt hauptsächlich In den Spitzen von Arak tatsächlich Gut Clans von Draenor brauchen wir nicht mehr Das freut mich hier an der Stelle Jetzt wirklich nur noch hier die Arakor Und das heißt für mich Die nächsten 100 Dinger, die ich dann aufmache Wären dann tatsächlich Komm, da ballern wir das Ding raus Obwohl das 500 Gold wert ist Hier einfach raus damit Easy Okay, jetzt haben wir nicht mehr genug Okay, jetzt schauen wir mal Also wir haben jetzt eine Quest bekommen Und brauchen jetzt dementsprechend nur noch das von den Arakor Und jetzt wandeln wir die mal um Wir hatten 146 Wie viele Dinge haben wir denn jetzt aufgemacht? 1, 2, 3, 4 Dann haben wir die Quest Okay, dann haben wir hier 5, 6, 7, 8, 9, 10 Was haben wir hier? 11, 12, 13, 14, 15 Müssten es dann insgesamt sein Okay, ich glaube bei den Zwergendingern Habe ich immer so um die 25 bekommen Anscheinend haben die weniger Materialien gebraucht an sich Gut Aber das sieht ja schon mal sehr, sehr gut aus Eine Quest haben wir Die zweite brauchen wir noch Und ja Das war es dann so mit dem Video Ich werde demnächst jetzt noch einen Teil aufnehmen Und da werden wir die nächsten 100 in Angriff nehmen Und dann nehmen wir dann nur Arakor-Fragmente Und ich hoffe, dann werden wir endlich mit Archäologie fertig Und ja, wir sehen uns dann beim nächsten Teil wieder Euer Tela Bis dann Ciao